Ich glaube, es hackt. Haben sie hier schon aufgeräumt? Ah. Ah. Voll geil. Die machen das auch alles von alleine. Sperre einsetzen. Exkogen ausschalten. Fünf. Scheiße. Scheiße. Sperre einsetzen. 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 Nö. Find ich jetzt nicht so nett. Nix ausmerzen. Das ist sowas von vergessen. Muss ich jetzt hier runter? Nehmen wir lieber die Schrotflinte. Ach Gott. Nein. Hä? Achso. Bin wieder hier. Ataki. Vorwärts. Fünf. Scheiße. Ja. 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 Muss ich da rein? Muss ich da rein? Komme ich glaube ich nicht rein. Nö. Nö. Ah. Den Holzblock habe ich vorher nicht gesehen. Boah. Da. Geht doch nicht ins Feuer. Ja. Die sind kräftig. Helfen wir kurz nach. Entschuldigung. Er hat es zu lang gebraucht. Warte. Wie komme ich da jetzt rauf? Mit dem Boot oder was? Warte. Ich hole mir mal wieder meine Army. Okay. Ich muss mal kurz was ausprobieren. Kann ich? Auf dich drauf? Ne, kann ich nicht. Hä? Ah! Oh Gott. Wenn ich jetzt hier so mache. Hat... Ah. Ja. Oder so. Finde ich gut. Ah. Gott. So, wir müssen ja nicht überall bewaffnet sein. Äh, ja, bewaffnet, klar. Ich meine, ich bin hier auch bewaffnet unterwegs, aber... Gott. Ah. Hä, jetzt geht mir überall meine Munition aus. Finde ich jetzt nicht so geil. Ich geh mal wieder weiter. Ja, ich hab wieder mehrere. Nicht steril. Ja, gut. Gut. Was war alles dran. Komm ich da rein? Nein, komm ich nicht. Ah. Gott, da drüben ist ja auch noch einer. Übertreibts halt gleich. Gut, warum nicht? Alter. Das ist überhaupt nicht übertrieben. Muss jetzt hin. Da unten sind sie. Ja, gut. Jetzt, wenigstens krieg ich jetzt wieder Munition. Drei. Warte. Kann ich? Ah. Hat funktioniert. Gut. Was ist das? Äh, kann ich doch nicht rein? Gooooss, volles Massaker hier Ohne irgendeine Deckung Puh Kommt, Nahten, Mann Alter, voll unfair Was war jetzt? Zwei Schuss hab ich nur Komm, raus und weg So, Helikopter, da hinten ist er Nee Hä? Muss ich das verstehen? Kann ich den eigentlich auch hier so vom Himmel holen? Komm ich da rein? Ich will da rein Ja Ich will dahin Ich will dahin Mühe Uwe könnte ich in die Absjon�locken rot enfin Hammer Ich will dahin Welchen, was ist die Ich willend wer was ist die Ein Ich will Jetzt müssen wir uns alle abkratzen Da hast du durchaus recht Mein einziges Problem ist jetzt gerade noch der Helikopter Irgendwie muss ich doch da in dieses Gebäude reinkommen Glaube ich Hoffe ich Da ist eine Tür Ja, nice Ah Ich habe eine Rakete Die muss sitzen Kann der Helikopter mal wieder rüberkommen Hier Nee, natürlich hat das nicht gereicht Da Da Wo ist er denn? Ja Das war's. Mag der auch mal abstürzen oder so? Zwei! Wollt ihr mich jetzt komplett verarschen oder was? Gut, einer ist weg. Da oben ist der Nächste. Beide sind weg. Ja, pff. Ach, überhaupt nicht übertrieben. Zwei Helikopter. Nicht? Ach, ich will da nicht rein. Ladebildschirm. Juhu. Die Musik mag ich nicht. Ja, soll ich da jetzt über den Schutter... Ach, Gott. Hoffentlich drüber kommen. Mann. Klingel. Gut. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Ich will meinen Ameisenböwen helfen, man. Yeeey. Boah, endlich. Ja, finde ich gut. Ich muss mal kurz was trinken währenddessen. Boah, Gott. Ah. Ah, Gott. Alter, jetzt rührt sich auch der Drucker über mir. Ich glaube, es hackt. Ich weiß nicht, ob man das Geräusch hört, aber falls man es hört, so ein komisches... Das ist dann der Drucker. Ah, Gott. Mann. Das Ding habe ich jetzt noch davor gesehen. Wie komme ich da drauf? Was war das? Oh, Gott. Nee. Ja, Mann. Ja. Mann. Laura, schreck mich doch nicht so. Ich bin hier gerade... Nee. Oh. Entschuldige, dass ich gerade so ungeschrieben habe. Oh, meine Schwester kam gerade hinter mir rein. Ich habe sie nicht bemerkt und hat mir auf die Schulter gefasst. Gott. Gott. Herzinfarkt. So, jetzt bin ich hier. Also, ja. Jetzt wisst ihr auch, dass meine Schwester Laura heißt. Gott. Ich weiß nicht, warum ich heute so krass schreckhaft bin, aber... Okay. So. Atom ist noch einer. Oh. Passt schon. Ich weiß nicht, warum ich jetzt so krass schreckhaft bin. Hm. Vielen Dank.